Ich habe hier auch nichts zu sehen. Das kann jetzt auch kein Neues für den Sprung machen. Ich war ein bisschen auch, aber den gleichen Ebenen sehe ich noch mal. Das war auch so, dass man noch mehr fassen hat. Es war kein Wicht hier, verschiedene zu haben und zu wechseln. Ich sage mir ja auch, meine Frau, ich habe das schon lange noch nicht gesehen. Das finde ich gut. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020